hallo liebe leute na wie geht es euch wie man sieht geht es mir wieder besser das wetter ist schön da hat man ein bisschen bessere stimmung mein gesicht ist dreckig aber ich habe auch ein dreckiges pferd geputzt ja wir sind gerade auf dem rückweg von unserem ausritt wir reiten jetzt noch einen kleinen grasweg entlang und dann durchs dorf und dann sind wir zu hause da ist baldi heute habe ich bessere laune gestern war ich ziemlich bedrückt und heute morgen eigentlich auch noch aber jetzt wo ich mich endlich aufgerafft habe einen ausritt zu machen bin ich doch in besserer stimmung weil man muss sagen diese ja diese situation in der wir uns gerade alle irgendwie befinden die ist schon ganz schön anstrengend und bedrückend für mich das ist auch vielleicht deswegen weil die grenzen nach deutschland geschlossen sind ich wohne ja in dänemark aber ich habe alle meine freunde alle meine umgangskreise eigentlich in deutschland und habe nur meinen mann meine schwiegereltern und die nachbarn hier in dänemark ansonsten habe ich nicht so viele soziale kontakte auch sowieso in meinem alltag nicht bin ich viel ja vormittags und nach also bis um vier bin ich eigentlich den ganzen tag allein ja sie begrüßt die anderen pferde die da sind und dann gehe ich ja nachmittags bis abends arbeiten und deswegen habe ich sowieso nicht so viele soziale kontakte im alltag aber ich fahr halt jeden zweiten tag rüber nach deutschland und das kann ich im moment nicht mehr und das bedrückt mich ziemlich doll